Das ist dann der Breakfast-Dicory. Richtig. Ist überhaupt noch Fleisch da? Es geht ja ums Kochen. Ich bin im ersten Ausbildungsjahr, wenn man eine klassische Ausbildung im Hotel macht, im ersten Lehrjahr ist es Frühstück eindecken, Frühstück zubereiten. Wir machen hier heute hausgemachte Marmelade. Genau. Die Dicory-Marmelade. Das ist nämlich Herr Dabo. Sehr wichtig ist, mit so einem kleinen Schuss rum dazu. Nicht so viel. Eher moderat. Wie sieht das aus? Guck mal, da lachen die. Da freuen sich schon mal. Süß-sauer-Tetten, das ist das Geheimnis beim Dicory. Was man wissen muss, wenn es frozen gemacht wird, so wie wir das machen, es muss ein bisschen mehr Zucker rein. Sonst wird da nämlich, weil er so kalt wird, da muss mehr Zucker rein. Das ist auch rein. Mh. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017